Man möchte es gar nicht so genau wissen. Man möchte Schutz. Waschmittel allein schaffen es nicht, alle Bakterien bei niedrigen Temperaturen zu entfernen. Sagrotan Wäsche Hygienespüler entfernt 99,9% der Bakterien. Sagrotan, beschützt, wenn es darauf ankommt. Das ist nicht der Schweißgeruch vom Sport. Sagrotan Waschmaschinenreiniger entfernt 99,9% der Bakterien, schlechte Gerüche und hinterlässt eine frische Maschine. Untertitelung des ZDF, 2020